willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten der sich hier gerade mal einen angriff anguckt der ich will jetzt nicht sagen außergewöhnlich war aber er war schon naja habe ich so jetzt noch nicht gesehen oder das ist ein bisschen laut habe ich so noch nicht gesehen denn ja hier wurden einfach mal die die superkobolde genutzt um das ratus wegzumachen das ist ein ratus elfer hier ich werde das gleich selber mal testen aber ich muss mir das noch ein zwei dreimal angucken wie der kollege das ja eigentlich gemacht hat also papa ein paar drachen dabei ein paar drachen dabei um hier außen so ein bisschen was weg zu machen also erstmal geht es auch da tatsächlich rum viele prozente zu knüppeln hier in so einer base um dann danach richtung ratus zu gehen bzw ja ihr seht es unten schon mit vier erdbeeren zauber den weg zum rathaus frei machen und dann mit den unsichtbaren erstmal unsichtbaren kobolden heißen die eigentlich so superkobolde heißen die glaube ich ich dann den weg zum rathaus zu machen bzw ja das rathaus einfach mal so mitzunehmen so hätten will würde ich mal sagen finde ich nicht schlecht also es geht eigentlich tatsächlich darum sich hier 50 prozent zu schnappen also rathaus plus plus noch 50 prozent was er da unten gemacht hat weiß ich jetzt nicht warum man den zapp so früh aufgemacht hat oder ist er so früh kaputt gegangen habe ich jetzt müsste ich noch mal sehen aber mal gucken mal sehen wir das hier weitermacht also 14 kobis hat er noch und allerdings muss man dafür sorge tragen dass die lager rundherum erstmal weg sind aber hier seht das jetzt schon jetzt kommen die ich gehe mal ein bisschen näher rein da stören auch keine fallen und das rathaus hat immer weniger hielt points ihr seht das hier zwei stück schickt er noch die sind halt da müsste ich selber mal gucken wie viele sekunden die tatsächlich durchsichtig sind bzw nicht sichtbar ich finde es wirklich ich habe gestern ich will nicht sagen ich habe ich habe mich gestaunt oder so aber ich meine so kann man natürlich als rathaus 11 auf ein rathaus 13 erst mal zwei nette sterne machen und da muss dann schon rathaus 13 da denke ich mal dran um da noch mehr noch mehr prozent daraus zu holen bzw unter umständen auch in dritten stern noch mal alle zauber genutzt hier jetzt sind schon 59 60 prozent und dabei ist auch geblieben hier bzw bei dem angriff hier hat keiner mehr nachgefasst bzw hat keiner mehr angegriffen vom gegner also kein 13er sondern den haben die so stehen lassen weil es auch gereicht hat fand ich gar nicht mal so schlecht ich meine so ein bisschen sorge habe ich jetzt natürlich dass das jetzt dass das jetzt sehr sehr viele klaren so machen denn ja da muss das macht dann muss das rathaus doch irgendwie wieder eine mitte wir haben übrigens ultra ultra hoch verloren es tut mir unheimlich leid dass ich tatsächlich richtig meine angriffe verpennt habe das liegt einfach daran dass ich ja ich habe echt lange lange nicht nicht lange gepennt ich habe mich noch mal hingelegt gestern abend und wollte eigentlich nur so ein halbes dreiviertel stündchen lösen ihr kennt das und bin richtig nadenlos eingeknackt naja kann ich kann ich nichts machen ich bin dann irgendwann ultra spät auch wach geworden aber 46 58 schon okay ein bisschen hätten wir vielleicht noch rausgeholt beim gegner hier unten war ja noch einiges offen auch für meinen auch für meinen elfer und aber ich denke mal der sieg ist oder wäre ich glaube ich glaube nicht dass wir da noch was gewonnen hätten naja egal ich habe die truppe jetzt mal nachgebaut und also so in etwa mal nachgebaut ist dort hier unheimlich lange weil ich erst eine kaserne habe die überhaupt die die elektro machen kann und dann dauern die schon mal wie lange dauert ein elektro in einer kaserne 24 minuten ich muss unbedingt die zweite kaserne haben die hole ich mir auch morgen mit einem hammer denn morgen glaube ich kriege ich noch einen hammer oder kann ich mir wieder ein hammer holen ja zehn stunden zwölf minuten ich muss unbedingt eine zweite kaserne haben das geht gar nicht das geht wirklich gar nicht denn die armeelager habe ich mittlerweile bei den elfern hier komplett fertig das heißt wir haben 260 truppen und ich habe auch mal tief in die tasche gegriffen ich habe hier tatsächlich mal wieder die 50.000 heute morgen eingeworfen die anderen kann ich nicht machen die supergiant sowieso nicht und die anderen habe ich auch noch nicht auf level an super truppen aber wir wollten ja mal gucken wie lange der jetzt eigentlich hinten ist hier super truppe trainingzeit 21 sekunden ressourcen ok er macht schon mal damage x 2 also die snacken schon mal ein bisschen mehr movement suite 32 aber hier steht jetzt nicht wie lange er wie lange er unsichtbar ist so oder oder ich kann es im moment oder ich sehe es im moment nicht wir gucken mal hier rauf trainingzeit 7 tage und damit da kommen wir wieder da rein ok also weiß ich jetzt nicht ach so da unten steht es invisible 2 defenses for the first 5 seconds ok 5 seconds alles klar das ist aber ich weiß nicht ob das bei den anderen anders ist das gucke ich mal eben nach ok es ist immer so also es sind immer fünf sekunden egal auf welchem rathaus level also ich habe jetzt mal beim zwölfer und auch beim rathaus 13er geschaut ich würde sagen wir gehen mal in die suche rein und wir suchen uns mal einen gegner der jetzt ganz nett ist ich möchte ja ganz gerne irgendwie richtung rathaus kommen vielleicht so ein zwölfer oder 13 ich weiß nur nicht ob ich jemand in der range hier finde das könnte vielleicht mein problem sein denn ich muss mindestens ein zwölfer oder ein dreizehner haben ein elfer reicht mir hier leider nicht denn die kobolde gehen auf ressourcen gebäude unten nicht auf rathäuser das heißt doch sie gehen doch auf doch sie gehen ja doch auch auch hier aufs rathaus ok sie gehen doch aufs rathaus dann ja gucken wir mal wie wir ob wir überhaupt mit mit unseren schleich ist hier an ein rathaus ran kommen was auch ein bisschen weiter drin ist dafür muss ich vielleicht ein bisschen bisschen mehr nehmen aber ich suche mal eine ähnliche base raus hier und dann gucken wir mal dass wir angreifen können ok ich habe eingenommen gefühlt haben eben hatten eben alle irgendwie ihre rathäuser in der mitte der hat zwar ein bisschen was im ausbau das ist aber nicht so schlimm dass der was im ausbau hat aber er hat in er in etwa so eine sonne so eine ckb ist hier würde ich mal so sagen ok dann gehen wir mal wie folgt vor ich würde sagen wir gehen hier mal erst mal unsere prozente machen das hat man ja gesagt dass von ein paar prozente machen wollten und nehmen hier schon mal jetzt ein zwei elektro drachen bzw ein elektro drachen der hier erstmal außen so ein bisschen was freiräumt auf der seite und wir müssen natürlich auch auf dieser seite hier so ein bisschen was räumen denn die kobolde gehen natürlich auch erst mal auf ressourcen gebäude das heißt die mine und sammler werden dort in jedem fall als erstes von den angegriffen und das möchte ich natürlich nicht denn ich möchte ja dass die dort zum rathaus gehen und nicht auf die mine und sammler so muss ich ja mal sagen so dann immer den da und noch mal ein hier der unten ist schon mal der ist schon mal leider kaputt okay das aber nicht so schlimm das passt da noch und jetzt können wir jemand magier setzen ja das sieht ganz gut aus okay so jetzt können wir glaube ich unseren seppi hier mal reinbringen wir nehmen aber erst noch ihn hier und wir nehmen jetzt mal hier den sepp da habe ich nämlich ja da muss jetzt mal gerade gucken so da setze ich nehme ich mal ein frost und macht den jetzt mal auf denn da soll der mal sehen ob der den adler das schafft ja und er schafft den adler wunderbar und dann können wir hier eigentlich schon mal aufmachen hier hinten machen wir auf und mal mal sehen wo unsere kobe ist jetzt hingehen mal gucken okay die gehen noch nach da alles klar da müssen wir erstmal das lager da weg machen oder aber wir könnten es natürlich auch mit ane das mit das müssen wir leider erst weg machen okay aber jetzt gehen die schon aus rathaus seht ihr jetzt gehen die schon aus rathaus okay bombe da das wird jetzt ein bisschen schwieriger kann ich euch sagen okay das wird ein bisschen schwieriger ich gucke mal 1 1 2 3 einfach mal dahinter gesetzt und wir nehmen hier mal ein boot mit rein oder ist es gut das ist gut verteidigt da also wir sind da längst noch nicht angekommen wo wir eigentlich hin wollen wir gucken mal viele haben jetzt wahrscheinlich bomben bomben am rathaus dran so da haben wir das rathaus aha okay 43 prozent ja ist ja eigentlich easy snack würde ich sagen dann gehen wir hier noch mit unseren helden hinterher und dann werden das so 50 prozent werden irgendwie wir haben sogar noch acht kobe ist hier die wir noch irgendwo rein schicken können und wir haben ja auch noch jede menge jede menge zauber das muss man auch noch dazu sagen die nehmen wir jetzt auch mal alle und damit sind zwei sterne wunderbar einmal die queen gezündet ihn gezündet ihn gezündet und das sieht ganz gut aus der frost sollte eigentlich den bombenturm treffen ok der sollte eigentlich richtung bombenturm gehen dann kriegen wir da hier noch was der adler ist ja weg da ist das coole dabei also es funktioniert ja keine frage so kann man es machen und funktioniert gar nicht mal so schlecht okay 58 prozent gibt sauber habe ich noch also so kann man es so kann man es irgendwie machen gefällt mir gefällt mir gut mache ich gleich noch mal gleich noch mal anfordern ich traine mal noch quick hier denn ich habe noch ein bisschen boost 25 minuten und meine nächste armee ist auch erst in neun minuten fertig die helden brauchen aber auch ein bisschen dann kann kann ich schon mal wieder anfordern damit ich auch immer die richtige karre kriege solltet ihr auch machen wählt in jedem fall die karre wenigstens aus und dann ein lohn und e-drachen die ich könnte ich könnte natürlich jetzt auch ein lohn und e-drachen hier noch mit reinnehmen aber wenn es denn nur loons werden ist auch nicht so schlimm und ich mache noch kurz einen cut wir machen in jedem fall einen zweiten angriff ich glaube das ist eine ganz coole sache also so mal als als tipp für die rathaus elfer hier geht leider erst ab 11 rathaus 10 hat ja noch keine super goblins heißen die eigentlich so das sneaky goblins schleichgoblins ok sneaky sneaky goblins und denn erst ab 11 rathaus 11 12 und 13 die haben die als 10er geht es leider nicht da geht das auch mit normalen kobolden glaube ich nicht wirklich gut aber ihr habt ja gesehen fünf sekunden reichen in jedem fall um sich so ein rathaus zu snacken oder zu sneaken oder zu snipern und ja ich mache einen kurzen cut und lasse mir eben mal truppen geben und dann sehen wir uns im zweiten angriff okay freunde ich kann nicht immer weiter klicken bei so einem erst recht nicht okay den nehmen wir mit aber wir wollen das rathaus haben wir wollen das rathaus haben und um erst mal anzuchecken was ist eigentlich hier okay da sind da sind vier tesla alles klar da ist die tesla farm okay aber er hat das habt ihr habt das gesehen der hat das rathaus schon schon einmal angeht pass mal auf ich kann ja noch einsetzen hier seht ihr das alter geht gar nicht oder ist das alles mau okay egal dann gehen wir gehen wir den anderen weg glaube ich wir gehen wir den wir gehen ein bisschen den anderen weg ich wollte eigentlich so jetzt muss ich mal gucken wie ich das ganze mache ich wollte eigentlich da drauf so der muss kommt macht den weg ein schuss wunderbar so funktioniert schon mal dann über jeden schon mal ein magier ich will ja ich möchte ganz gern doch mal die ressourcen jetzt jetzt mitnehmen hier hinten ist der x bogen auf boden perfekt da können wir hier ein bisschen weitermachen war da war da irgendwas warum ist da mein baby da jetzt schon weg okay aber mein der andere kollege hier geht eigentlich ganz gut durch sehe ich gerade dann setzen wir hier mal noch ein jetzt haben wir hier noch eine luftabwehr die soll uns mal nicht so stören der wird ja das meiste in den minen und sammlern haben was war jetzt vermutlich nicht bekommen ist irgendwo ein adler oder sowas ich glaube wir kriegen jetzt kein adler müssen wir mal gucken ob wir mit dem mit dem zeppelin bis zum adler kommen und von wo wir vor allen dingen hier reinkommen können ja ich weiß schon wie ich weiß schon wie wir schicken beschicken den jetzt kriegt er auch ganz gut beschuss das geht das sieht noch ganz gut aus nur für den adler hier machen wir den mal eben auf und kaum kommt gerade so gepackt okay gerade so gepackt wunderbar aber so kann uns machen dann machen wir uns hier in jedem fall den weg jetzt frei für unsere gobys und hier hinten können sich noch gerade was weg snacken nicht dass die nach dahinten hingehen und dann können wir eigentlich ganz bequem glaube ich ja das ist das nächste gebäude perfekt da kann man kann man mal ruhigen gut nehmen würde ich sagen denn zack da ist es weg perfekt oder wir können das dunkle auch noch mitnehmen wunderbar komm 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 ein eil zauber ist auch nicht schlecht ich glaube ich habe ein eil zauber dabei ja ich habe ein eil zauber dabei leute pass mal auf das ist noch mal das noch mal eine kleine kleiner mini tipp dann gehen die vielleicht doch ein bisschen schneller jetzt rein denn fünf sekunden ist nicht lange fünf sekunden ist nicht lange und dann nehmen wir auf jeden fall den pot mit wunderbar und jetzt hat er eigentlich schon keine ressourcen mehr doch wurde noch ressourcen da sind noch ressourcen und es ist eigentlich schon gewesen leute ohne helden ohne helden hier ok mir läuft ein bisschen die zeit davon sich gerade mir läuft ein wenig die zeit davon okay einmal hier komplett weg gefrostet oder muss jetzt schnell machen zwölf sekunden noch 69 prozent 70 prozent acht sekunden sieben sekunden sechs sekunden fünf sekunden alles auf boden da unten alles klar aber hinten kriegen auch noch die luftabwehr eine sekunde 0 sekunden das ist nicht schlecht bisschen schlecht gefällt mir gut der lud gefällt mir auch gut also ich konnte jetzt nicht wegklicken leute aber kann man eigentlich ganz gut machen und vor allen dingen für die die jetzt noch ein bisschen pushen wunderbar wunderbar äh toll ich bin begeistert ok ich habe 25 games und 400 xp bekommen wofür habe ich das denn jetzt gekriegt ach so das event hier ach ich hab's event endlich fertig ein paar tage habt ihr noch leute acht tage 22 stunden um hier die events zu spielen wunderbar und ja ich würde sagen ich habe jetzt zwar kein boost hat euch habe ich habe noch mal boost ich nehme mir noch mal mit ich habe noch ich habe noch ein bisschen boost aber bevor ich vergesse leute es fangen ja jetzt in einen tag und nämlich in einen tag in 22 stunden fangen die clanspiele an ich in dem moment wo ihr dieses video seht wird der clan deutschland wieder geöffnet haben das heißt wir können hier wieder clanspiele spielen ich werde auch den text oben ändern clanspiele spielen wir können ein paar cks neben den clanspielen machen wie wir es eigentlich immer machen hat ja die letzten mal eigentlich ganz gut geklappt ja den letzten aber sogar gewonnen und ich würde sagen wir sehen uns dann mit weiteren videos in dieser woche mit live streams bis dahin leute danke fürs zuschauen euer toto flasht